um und wie sie können es ist anders wo sind sie hier denn ich ich bin König geworden allerdings hat mich wir hatten hier das schöne Dorf gefunden ein paar Meter weiter war das richtige Dorf mit den Einwohnern vier Stück ich habe ihn in die Burg gebracht habe einen Rechtssieg auf diesen Survivor da gemacht der uns den Auftrag gegeben hat und habe gesagt ich hätte fast einen Herzenfrag bekommen mein Laptop ist fast kollabiert es war schlimm denn plötzlich ist dieses komische Metallrohr das aus dem Nichts daraus kam davon sind drei Stück Glück in unserer mitten in unserer Gilde gespawnt zusammen mit diesem komischen Riff äh Raffle Queue äh Raffle Queue wie die Typen heißen diese Bösen die überall Feuer machen das heißt unser ganze Gilde wurde gestürmt Feuer Schlimm Hilfe naja also überlebt okay gemacht und dann war ich sofort König und dann hat mir dieser liebe Bilder der mir die ganze Zeit angeboten die ganze Zeit gesagt hat dass ich irgendwie so blöd wäre und es nicht wert wäre oder sonst so ähm hat mir dann angeboten eine Stadt zu bauen ich hab mir gedacht ja okay bin halt ein bisschen weiter weg von ihm die Gilde liegt irgendwo da hinten und dann hat er gesagt ich musste ihm ein bisschen Stein ein bisschen Holz geben und dann ist Minecraft insgesamt zweimal abgestoßt und dann habe ich jetzt hier einen kleinen Stadtpark hier dann noch hat er noch dazu gebaut hier so ein ich hab selbst noch nicht reingeguckt so ein so ein so ein so ein äh Dings Dings ach soll das glaube ich ein Sägewerk soll das glaube ich sein Formen ach genau stimmt da fällt mir Gronkh is coming ah ne ähm da fällt mir ein ich hab nämlich noch jemanden gefunden in der Gilde da hab ich aber jetzt kein Gold mehr das ist der liebe Moment wie wir euch da sind kann ich euch zeigen den hab ich nämlich oh da sind auch schon unsere ganzen Leute jetzt auch sieht man wieder einmal Repair Dings hatte trotzdem immer nur noch hat nur ein Stacked Dings gekostet die Survivor sind leider nicht mehr da nein hier der Banker so hätte ich gerne alles danke da fällt mir bald ein ich hab noch gar nicht beim Gildenmeister mal suchen einen Auftrag nein vergiss es nicht noch einmal so was sagt der Gildmaster denn zu uns okay gut nichts Neues so dann schlagen wir uns mal ansonsten frei also ich muss wirklich sagen also ich muss wirklich sagen das ist okay es hat jetzt nachher okay das ist mein laptop der ist jetzt vielleicht nicht der beste ist ein bisschen abgestürzt und so aber ich muss sagen diese Gebäude hier sind genial also die Gilde jetzt hier die Stadt die Stadt die ich jetzt ja hier die Stadt jetzt also ich finde schon also die Gebäude sind schon richtig genial da ist ja mal Hut ab sehr schön dann lockt mal ich habe ihr habt eine Work zu tun zu tun sehr schön es hat mich so ein bisschen ein Millenermod obwohl ich sagen muss das ist noch viel nichts gegen Millenermod der ist auch super toll aber das hier ist einfach viel viel geiler da wird schon rein so schön tritt ein ich bringe Lücke rein so was das gibt es hier hier dann hier der Turm auch schon ne eine einzel alleine Leiter hier ist schon geil ist schon geil hier raus ist schon geil ist hier raus ist schon geil ist hier raus auch hier das also möchte ich unbedingt gleich mal ausprobieren auch dieses Minecraft fahren die geht es hier rein hier geht es gar nicht rein hier geht es gar nicht rein hier kann ich so unterschlupf steilmäßig ist das nicht geil Ah, hier wohnt niemand. Foreman. Ah, okay. So, gut. Mein Kart. Oh, ich bin... ... ... ... ... Genial. Oh Gott, das ruggelt schon wieder. Vor allem, weil der einfach in eine gerenderte... Ich weiß nicht, was ich nicht so geil finde. Der hat einfach in die gerenderte Karte hat der ja... Oh, hier ist Heide, aber wirklich... Er hat auch wirklich ziemlich Ressourcen kostend war das schon. Aber gib mal dein Money her. So. Ich merke schon, wie er arbeitet. Ich finde schon cool, wie der das gebaut hat. Auch die ganzen Skins und wie viele Leute es hier gibt. Wahrscheinlich habe ich noch nicht mal... All die Stadt kann hier auch noch wahrscheinlich ausbauen, also hier sieht es so ausbestimmt und noch ausbauen. Ich habe nur Angst, es ist gleich abstürzt. Ich habe gerade eh mal die Trufflichkeit, es ist abgestürzt. Ja, also hier haben wir schon ein Minending und ein Holzfäller. Also da kommt bestimmt noch was dazu, da kommen da wahrscheinlich noch Häuser hin. Hier sieht man ja... Äh... Ich will runter. Hier sieht man ja hier, da die Wege, die Fühne noch irgendwo hin. Hier werden wahrscheinlich noch irgendwelche Sachen drankommen und irgendwie ganz tollen... Wunderttollen, wunderbaren Sachen. Aber das... Das dürft ihr gerne selbst herausfinden. Ich habe euch ein bisschen gezeigt und jetzt seid ihr in der Reihe. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, richtig Hammer-Mod. Also, wer sowas mag, so mit Aufbau nicht gerne allein sein möchte, wer sich irgendwie in der Stadt haben möchte, so müssen, so funktionieren das Ding... Das ist genau das Richtige. Und ich sage damit, das war das zweite Türchen. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder in dritten Türchen. Also, schaltet wieder ein und ihr wisst, das ganze Zeug abonnieren, kommentieren, ding-sindieren, favoritisieren und sonst was. Und...